Ich starte in den Himmel, hat eine Spitze wie eine kleine Pyramide. Die Spitze des Obeläskens war mit einer selber Goldlegierung bedeckt. Passen Sie auf, selber mit Gold heißt Elektrum. Eine Mischung von selber mit Gold heißt ja Elektrum. Ja, war immer an der Spitze. Warum beides? Selber ja mit Gold, damit der Goldbrummel bei der Spitze Tagesüber die Sonnenstrahlung reflektiert. Und damit der Goldbrummel bei der Spitze in der Nacht Mundlicht reflektiert. Das war die Konklusion. Tag und Nacht sieht man von weit Strahlen. Dann wusste man Bescheid, dass es hier ein Witz ausgeben oder geben könnte. Jetzt versteht man klar, wie macht man heute bekannt für das Gebiet in den Moscheen? Ruftmann in der Kerne.